Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil des Leopold Bodybuilds, den ich zusammen mit Feles Barsinonensis hier auf YouTube unternehme. Vor einigen Jahren habe ich mir ja den Dragon-Bausatz des K5E Eisenbahngeschützes zugelegt und dadurch hat sich der Feles verleiten lassen, sich den Trumpeter-Bausatz zu kaufen. Unser Ziel ist es jetzt, die beiden Bausätze für euch zu bauen und die jeweiligen Unterschiede aufzuzeigen. Die Bausätze sind in ihrer Machart recht ähnlich, wobei manche Einzelbereiche mal beim einen, mal beim anderen Bausatz besser detailliert sind. Mehr dazu jedoch im Verlauf dieses Bodybuilds. Zuerst möchte ich euch noch etwas zum geschichtlichen und technischen Hintergrund dieser Eisenbahngeschütze erzählen. Das 28 cm K5E Eisenbahngeschütz war das Standardgeschütz der deutschen Eisenbahnartillerie im Zweiten Weltkrieg und wurde ab 1934 von den beiden Firmen Krupp und Hanumag entwickelt. Zwischen 1937 und 1944 wurden 25 Stück in zwei Ausführungen gebaut, nämlich die Ausführung C und die Ausführung D, die sich nur in der Bauweise des Richtstandes unterschieden. Die Projektile, die mit diesen Kanonen verschossen werden konnten, wogen bis zu einer Vierteltonne und hatten eine Reichweite von etwas mehr als 50 Kilometern. Spätere Versuche mit Munition mit Raketenantrieb steigerten die Schussweite sogar auf 160 Kilometer. Die Geschütze waren in erster Linie zum Beschuss von Festungen und zum Küstenschutz gedacht, jedoch war diese Aufgabe durch Flugzeuge etwas schneller und wirtschaftlicher zu erfüllen. Trotzdem blieben die Eisenbahngeschütze im Einsatz und sahen viel Verwendung an der Kanalküste, wo sie den Schiffsverkehr und Südengland unter Feuer nahmen und an der Ostfront, wo sie vor allem während der Belagerungen von Leningrad und Sevastopol zum Einsatz gelangten. Außerdem wurden zwei K5-Geschütze auch nach Italien geschickt, wo sie den alliierten Landungskopf bei Anzio unter Beschuss nahmen. Von den alliierten Soldaten wurden sie dort Anzio Annie oder auch Anzio Express genannt. Von den deutschen Soldaten erhielten die Geschütze die Namen Robert und Leopold, wobei sich Leopold aus irgendwelchen Gründen als umfassende Bezeichnung für alle K5-Geschütze gehalten hat. Heute sind noch zwei dieser Eisenbahngeschütze erhalten. Eines steht in den USA in Aberdeen, das zweite steht in Frankreich an der Kanalküste am Kap Grisnes neben der Batterie Todt. Dieses Geschütz habe ich auf meiner Reise entlang der Kanalküste auch schon besucht. Kommen wir jetzt zum Bausatz. Wie schon gesagt, ich werde mir den Bausatz von Dragon vornehmen. Den habe ich vor einigen Jahren auch schon in einem Video detailliert vorgestellt. Zusätzlich werde ich gedrehte Munition aus Messing und ein Alurohr von Schaton Modellbau verwenden. Mein Plan sieht vor, das Geschütz Leopold während der Beschießung des Landungskopfs bei Anzio zu bauen, natürlich auch mit dem Diorama und was sonst alles so dazugehört. Dafür habe ich mir einen Güterwagen und Gleise von Trumpeter sowie einen Signalpfosten von MiniArt bereitgelegt. Die Werkbank ist gerade so groß genug für alles. Ich habe auch schon mit dem Zusammenbau der beiden Drehgestelle angefangen. Es ist zwar viel zum Versäubern, aber insgesamt scheint der Zusammenbau weniger kompliziert zu sein wie beim Trumpeter Bausatz. Mehr ist bisher noch nicht passiert, es liegt also noch sehr viel Arbeit vor mir. Ich denke nicht, dass dieses Projekt schnell fertig zu stellen ist. Ich gehe eher davon aus, dass sich das über einige Monate hinziehen wird. Sowohl Felis als auch ich werden euch mit unseren Update Videos auf den Laufenden halten und es wird spannend sein zu sehen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Bausätzen liegen. Damit wären wir am Ende des ersten Updates. Jetzt schaut sie am besten gleich noch auf dem Kanal von Felis Barsinonensis vorbei und schaut euch sein Video zum Leopold Buddybild an. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Euer Arme Kabakas. Musik